Die Corona-Krise betrifft uns alle, aber sie trifft manche härter als andere. Soziale Ungleichheiten werden durch sie verschärft und neue Ungleichheiten entstehen. Wer zahlt die Zeche für die Krise? Im Moment sind es vor allem kleine Selbstständige, Gastronomen, Künstler, Messebauer, denen durch den Lockdown ihre wirtschaftliche Existenz weggebrochen ist. Die Pandemie hat nicht nur viele Verlierer hervorgebracht, sondern auch etliche Gewinner. Amazon zum Beispiel. Der VdK fordert, die Kosten der Krise gerecht zu verteilen.